montags bilder heißt das ganze oder passen noch genau zwei platz als wüssten die dass wir jetzt da reinkommen so jetzt wollten wir mal für für lassen wir für theater voten theater ist cool hier kann man übrigens seinen klickspeed austesten ja das habe ich schon gesehen was hast du da so ich bin scheiße ja ich habe sechs ja sechs ja wenn ich gut bin ich habe ich aus 6 schaffe ich über sieben okay also du kannst jetzt eine sache auswählen davon von den sachen da ich nehme das da unten im inventar die blätter egal jetzt hast du ein thema ja jetzt steht das thema rechts in der links und das musst du bauen ja und dann erkläre ich dir einfach den rest gleich ach die scheiße oh gott das war eine dumme idee wie soll ich das im baule ich das bauen sollst oh gott wie baue ich das ich würde sagen ich bin auch so behindert ich kann es auch einfach anders bauen ich kann glaube ich einfach den boden ändern oder kann man doch habe ich ändern ich hoffe es und ein bisschen am arsch oh gott noch drei minuten okay leute das wird super leute gleich muss man halt wer das spiel noch nicht kennt gleich müsst ihr im prinzip dann müssen wir so oder ihr könnt halt mit raten die gebäude von den anderen erraten und dafür bekommt man halt punkte und dann bewertet man das ganze noch mal wie gut derjenige das hat gebaut hat und oh gott ja eigentlich müsste ich jetzt hier noch einzeln bauen ja komm einer muss da vorne noch hin so ich kann das nicht bauen das ist mega scheiße das seit haben wir noch zwei minuten oh gott ich weiß ja nicht was du für ein thema hast aber meinst du scheiße ich habe ein super geiles thema oh mein gott das wird so schlecht okay wartet soll jetzt muss ich brauche ich das hier nämlich glaube ich einfach so nämlich nicht das sondern das hier und dann irgendwie weiß ja so oh gott ich weiß ich habe das gehabt ja ich kann ja nichts mehr dazu brauchen okay ich muss das noch ich bin gespannt was du mir zu bieten hast fluggeschwindigkeit okay warte jetzt müssen ich muss das noch ein größer bauen das sieht so schlecht aus ja mein sieht nicht ganz viel besser aus glaube ich oh gott so okay ja ich bin fertig das sieht aus wie ein scheißhaufen oh mein gott nein aber mein sieht wundervoll aus muss ich sagen ja hat schon was gott wenn ich geschrieben richtig teuer verkaufen kann dann das irgendwie also bist du ready absolut gar nicht oh mein gott bitte erratet das irgendjemand leute werdet ihr darauf gekommen so was ich geht oh ein tipp okay was ist das was ist das was ist das vier zeichen vier zeichen hat das muss ich das in den chat schreiben ja was soll das sein ich markiere es als unlösbar wer hat denn das karies ja ja klar karies 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 das soll ein zahn sein oh mein gott ja irgendwie haben alle schreiben oha okay oh 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 ja so was ich bin ich dumm oder so ich kann das wort nicht schreiben so alter wie schlechter war ich denn gerade leute rechtschreibung ist offenbar jetzt nicht so am start das ist richtig oder was ja das ist doch voll easy ja das ist doch mal so easy zu erraten nein ja ne schnecke ja so sieht doch keine schnecke aus hä so was jetzt sie also das schneckenhaus fehlt noch ähm also ich weiß ja nicht wie das die schnecken in deutschland hat ich finde das gut hey das ist halt eine nacktschnecke ja aber die haben doch nicht so lange viele oder ja doch ja wenn die die ausfahren also ich finde das konnte man voll gut erraten leute stimmt mal bitte jetzt hier oben da oben ab ob man das gut erraten konnte ich glaube er hat einfach nicht mehr äh er hat glaube ich einfach einen scheißhaufen gebaut oh mein gott als ob ich es erraten hab ja ja das ist ja geil ich hab's halt wirklich erraten überleg mal was es weiß und lebt in der kälte du ein eisbär ja klar ja ne dann komm mal einfach so an ein eisbär und das ist ein bisschen irgendwie ja ein bisschen unsymmetrisch kritisch kritisch lol fällt das ding von oben runter oh was ist das ähm ja ich hab's erraten als erstes ja als zweites ach ist das ist das aha das kann man aber erraten guck mal da ist sogar noch ein Käse nebendran also ja das kann man wirklich erraten hier das ist nicht schlecht geworden das ist jetzt wirklich nicht so schlecht muss man sagen also nicht komplett schlecht Ratephase und das finde ich eigentlich auch ja das hat er gut gemacht mit dem Käse das ist sehr gut finde ich also episch ist es nicht oah ja es ist sehr gut warte ab warte ab das ist sehr gut das ist episch super episch ich dachte das wäre von dir aber dann ne ne das nächste müsste so von dir sein oh oh was ist das ja hä was ist das als ob du das nicht erredst hä was ist das hä was ist denn das oh mein Gott oh mein Gott geil ne hä ach ne Schlange ja mhm ok das war echt dumm von mir das ist also das ist ok das ist mehr finde ich weil es ist nur ein Pixelart beziehungsweise nur mit dieser Zunge ja ok ne auf Schlange könnte man kommen aber ich finde ach ja es geht es geht es geht es geht Leute es geht oh was ist das nein hä 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 was ist es hä hä was ist es denn ich weiß es doch nicht hä hä es ist keine hier wird Gans geschrieben oder so na das sind doch keine Gans guck mal wie viel Dings da unten bei sind ja hä ja was ist das hä hüh ja oh hühnchen baumtieren ach ne also es ist sehr dafür ist es der Kopf ist ein bisschen fail das ist sehr gut finde ich es ist gut gut man das war halt jetzt nur der Name weil es da halt so viele Hühnchen und Chicken und so ein Zeugs ach ja lol hä lol mal sowas von episch aber was ist das was ist das was ist das ja ich hab's erraten okay ich auch ich hab's noch vor dir erraten ich hab's jetzt falsch geschrieben gehabt ach man ja Hexe wär aber cooler gewesen aber stimmt Zauberer stimmt 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 aber das ist ja mal sowas von episch ja das ist mal sowas von episch der gewinnt auch 100% von wem auch immer das ist aber das sieht so geil aus meins ne ich wollt grad sagen dieser dieser Premium ist das bestimmt hä was hat der denn hier gebraucht hä hä warum errät er die direkt man hat doch gar keine Chance gegen ihn ne Wolke vielleicht ne Wolke hä was soll denn das sein zahnrad zahnrad ja ein zahnrad augenkrebs ich klicke das 5 mal an alter augenkrebs ein zahnrad wollen die mich verarschen wo ist das ein zahnrad das ist unsymmetrisch oh mein gott oh mein gott wann kommt denn deins eigentlich was ist das denn hä ne Suppe hä der hat das schon wieder erraten der Premium Typ da hä was ist denn das was so n Dings daneben ach soo ne was ist das dann ist das nicht gut gebaut was ist das denn Nudeln ja ok 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 lass mich drauf ein also dann ist es gut mehr aber auch nicht ich würde es ja gut gehen ne doch man kann es ja raten vielleicht schon eh es geht ja ja ok es ist ja ok es war wirklich ok es war ok oh was ist das alter dieser Typ er rät das immer so schnell dass es nicht mehr war hä das ist doch das ist äh hier Kegeln oder so oder Kegeln wie schreibt man das es ist lol Bowling einfach auf englisch warum nehmen die das auf englisch äh ja ist sehr gut ah die Kugel ist auf jeden Fall sehr ründlich die Kugel ist geil oder die Kugel ist zu geil ok GG ähm ok wer hat gewo- oh ich bin auf Platz 2 wuhh bin auf Platz 2 mhm mhm das steht da wenn du hochscrollst und ich bin auf Platz 4 von den Rategewinnern ey ich bin voll guuuuut mein Gott Absurdchen ich bin voll guuuut ja ich bin Platz 4 von den Rategewinnern ja dann sind wir beide auf Platz 4 dann wird das nur nicht angezeigt hä lol wir sind einfach nicht auf der Whitelist ja moin Leute so läuft das auf jeden Fall bei den Reviewlobbys ich hoffe euch hat die kleine Folge gefallen wenn ihr alle einen lasst einen Daumen nach oben da ähm ja schaut auf mich vorbei absolut auf Twitter vorbei oder so und lasst ihm viele Grüße da und jetzt haut rein und bei mir könnt ihr übrigens auch auf Twitter vorbeischauen und auf Instagram und äh ja bis zum nächsten Video ciao ciao About su bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.